Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt kommt's drauf an. Seid ihr bereit? Hey Riese, du solltest dich schämen, arme Seeleute mit diesem Nebelhorn herzulocken. Jetzt! Woran wartet ihr noch? Hey Riese! Such dir jemanden in deiner Größe! Ich klau dir den ganzen Gold, Schatz! Ich klau dir den ganzen Gold, Schatz! Los, verschwinde, Vicky! Paps, lauf unter den Vorsprung! Mach ich! Hierher, riesiger Riese! Jetzt! Ja! Ja, ja, ja! Oh! Oh! Wicky, ich bin ja so stolz auf dich! Ha! Wer sind die furchtlosen Sieger? Die Wikinger! Ha! 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 Halva! Es geht dir gut. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Wo wart ihr? Wir haben Großvater Olaf geholfen, eine alte Rechnung zu begleichen. Und hier ist ein kleines Geschenk für die wunderbarste Frau diesseits von Valhalla. Danke, mein lieber Halva. Und wo ist Olaf? Ha! Er braucht mit seinem Boot noch ein kleines bisschen länger. Ha! 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 Ha!